Lien Garigan ist ein englischer Theater- und Fernsehschauspieler. Leben Lien Garigan trat in seiner Jugend der Theatergesellschaft Neuan Stage Company bei und studierte am College in seiner Geburtsstadt Kingston-Upon-Hull. An der Gildhals School of Music and Drama in London absolvierte er eine professionelle Schauspielerausbildung. Als Fernsehdarsteller spielte er vor allem in Fernsehserien wie zum Beispiel Doktors von BBC oder Agatha Christie's Marple von ITV mit. 2010 spielte er in dem Fernsehmehrteiler Die Säulen der Erde die Rolle des Alfred Bilder, den Sohn von Tom Bilder, Filmografie, Fernsehserien und Spielfilme 2003, Holby City, 2004, The Afternoon Play, 2004, Doktors, 2005, Gerichtsmediziner Doktor, Leo Dolten, 2005, Toteli Frank, 2006, Ultimate Force, 2006, The Chase, 2008, Small Dark Places, 2008, R.A.W., 2008, H.E. Killskopas, 2009, Agatha Christie's Marple, 2009, Blue Murder, 2010, New Blood, 2010, Die Säulen der Erde, 2012 zu 2013, Strike Buck, 2014, The Legend of Hercules, 2014, 2014, 24, Lie in a Day, 2015, Once Upon a Time